Ja, Daddy, oder was ich mir heute mal überlegt habe, oder du musst halt irgendwo anders beitreten, um halt dann mit deiner Errohenschaften weiterzukommen. Bis ich dann vielleicht irgendwann mal wieder rechnerfähig bin. Nee, darum nützen wir jetzt nicht. Da hätten wir uns aber unbedingt mal in der Lage sein. Was erwartet uns, auch dies. Der Schlüssel zum Erfolg bei Langstreckenladen ist ein Plan. Du musst dir versorgen, dass deine Reifen nicht den Geist aufgeben und unterliegen können. Am besten morgen im geschlossenen Raum, wo keiner drin will. So ist zum Morgen. Der Einzige, der halt reinkommt, da kann, das ist halt Black Mama und Sunny, weil Black Mama so oder so, weil er halt die kompletten Rechte hat, er hat halt das Ding bezahlt. Ja, ja, an alle nochmal. Aber er würde mich in Ruhe lassen, wenn er sich das wieder an den Schlössern kommt. Das hat ja nicht schon was zu bedeuten. Oder hat eh nach meiner Lieblingszellen auch. Der Tower. Warte, wir sollen stehen bleiben? Nein, Position Nr. 4 bleibt stehen. Das hat ja nur ausgedreht, aber hinterher rausgesagt und dann weiter liegen. Er hat nur, er hat nur ausgedreht, und hat ausgericht, dass ich mich eingeschlägt habe. Der hier hat K vaccine. Oh Ja, das war's. Die Flasche 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 Keiner 12 Wer das weiter schon mal 12 hat Meiner hat 12 Alter Meiner hat ohne angehalten Tut dir selbst wie ihr Freund und Paar nicht so dicht hinter mir Ist schon enorm Ist ja nur nett gemeint Das ist eine Strecke die ich eigentlich sehr gut kann Aber halt das Auto spielt halt auch noch eine Rolle Ja du solltest am Anfang alle gerade diese Heckfleuder mit Traktionskontrolle fahren Auch wenns scheiße ist aber Ich bin halt Touring jetzt hier fahren Das ist halt ne Klasse die mag ich halt auch wiss Da sind halt Autos auch drin die machen mir Spaß Ach du Also er wird den F1 Also ich würde hier verkaufen das mal wieder Das ist auf jeden Fall keine Liga von dem F1 Oder HSV und drüber Das macht hier so etwas mehr Spaß Ein paar Mal Einmal nicht die Kurve darum richtig genommen und die anderen verkacksten und so dermaßen Ja Einmal nicht die Kurve darum richtig genommen und die anderen verkacksten und so dermaßen Ja Wo ist denn Ja hier so ruhig einig ist mal als das zweite ist irgendwie Ja hier so ruhig einig ist mal als das zweite ist irgendwie Ist du diesmal denn? Wie denn? Ich glaube ich habe das nicht so gut gesehen Ja 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 Wie geht's denn! Wie geht's denn? Wie geht's denn? Bis zum nächsten Mal bem wie sieht das ist Campus Einmal low in Area val fast Ich muss gleich noch mal in den Regelfall drauf kommen. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018